Ambi... wow 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 wow... ich lese jetzt erst. Ambient mode? Stalker mode? I'm sorry, what? Ambient mode. Please select environment. Gas station. Okay. Auto Repair. Ich kann lesen. Ich habe mit Auto und Papa gelesen. Okay. What? Okay. Gut. Habe ich nicht gelesen. Stand da nicht. Zur Hölle spiele ich da gerade. Ähm. Ich gehe wieder. Weißt du was? Oh hi Satan. In case I want to see him. Hi. Wie... wie kontaktiere ich Satan? Weil das wäre mir jetzt eigentlich schon ganz lieb. Okay. Ähm. Ähm. Von somewhat war... Oh Gott. Äh. Die hatten alle recht seltsame Namen, die Spiele. Beide. Ich glaube wir haben zwei von dem bisher gespielt. Ich weiß, eines bestand daraus, dass wir quasi zu Hause rumsaßen, immer äh, Videokassetten geschickt bekommen haben. Ähm. Okay. So, ich habe das Spiel nicht leise gemacht, wie ich eigentlich wollte. Also wir... Ähm. Laufen durch Umgebungen und suchen einfach den Stalker, der uns stalkt oder was? Oh. Oh. Da war gerade eine Nachricht für einen Frame irgendwie auf dem Bildschirm. Okay. His favorite literature... oh no. Nicht schon wieder. Literature. Okay, ja. Ich habe DDLCs Flashback. DDLC Flashback ohne S. Literature. Ist ein schweres Wort für eine deutsche Zunge. Literature. Entschuldigung. Hm. 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 Wenn ich das Ding auf dem Boden finde, ist mir die Map hier um einiges lieber. Oh hi. What the fuck is dieses Spiel? What? Ist es zur Hölle? Ich habe nur auf das Häkchen geklickt. Und das Spiel explodiert in Glitches. Jetzt ist mein Häkchen aber weg. Das ist Stalker Mode. In the full game. Okay. Okay. Ja. Ich habe doch schon beide... Hä? Ich verstehe das Game nicht. Ist der jetzt woanders? Oder muss ich erst die beiden Dinger hier finden quasi? Hä? Oh no. Hat wer Schlagsahne auf dem Boden verteilt? Jupp. 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 So. Jetzt mache ich ein Model. Jetzt war der eben schon direkt hier irgendwo, ohne dass ich irgendwas machen musste. Wahrscheinlich war es hinten das Ding, was für einen Frame aufgepoppt ist. So viele Fragen. Und nicht mal Antworten in... in irgendeiner Reichweite. Und manche Fragen... Achso, ich habe das gefunden eben. Manche Fragen müssen auch nicht beantwortet werden. Es gibt genügend Dinge, mit denen ich vollkommen in Ordnung bin, die nicht zu wissen. Wer in meinem engeren Freundeskreis hört unironisch gerne Andrea Berg? Ne? Muss ich nicht wissen. Das sind Dinge, von denen ich gar nichts wissen will. Wo wir eben schon bei den Ärzten waren. Was habe ich denn da eben noch entdeckt? Was irgendwie... noch ein Text... Dings hier hat aufpoppen. Oh! He loves it when he's being watched. Ist das so? Ja, kenne ich, ne? Sonst ist Streamen irgendwie witzlos. Wenn keiner zuguckt. Versteh ich nicht. Hier ist ein Readme file. Hier ist ein Reitme file. Hier sind es ein Places, wo er he hangs out ist. Wo er er das his thing ist. happy memories attached to the places nothing will happen tonight though tonight is safe behold is a simple environment demo published as a teaser of things to come and as an ambient piece for the haunted ps1 wretched week 1 game jam this is not a game do not expect anything out of this experience except for virtual places to hang out okay well we hung out and we seen things